hey leute ich kann zurück zu rules of survival weiterhin natürlich mit dem bunny girl outfit ist sie keinen grund es zu wechseln ja ich versuche heute mal wieder ins quad zu starten und lade einfach mal alle ein die irgendwie in meiner friendlist sind und bete mal dass sie kommen sonst machen es so eine runde das war eine solange er ist ja nie paul berger sind ob wir uns kurz bekommen oder du mit ihm abwarten mal abwarten sie nicht so gut aus dann du wahrscheinlich heute ich muss sagen mehr aufnehmen ich verspreche euch in zukunft ich werde freitags amt mehr auf jeden fall rules of survival aufnehmen damit ich mehr folgen für euch habe ich bin du dann geht's halt ab ins duo auf der neuen map natürlich wieder könnte schwierig werden das problem ist wenn so viele gegen gegner in der umgebung sind das spiel ein bisschen zu lecken an also meiner meinung nach ist es viel zu viel übertrieben mit 120 teams beziehungsweise 300 spielern im solo modus ich habe so eine sache ob das jetzt gut ist oder nicht mal sehen und weil ich habe es gehört es ist gerade ein spiel in der mache in der arbeit sozusagen in der entwicklung für den pc mit 1000 spielern gleichzeitig das wüsste ich bitte was dazu es müsste man auf die zunge zu gehen lassen ein 1.000 spieler gleichzeitig einer map die map ist ein wenn sie geschrieben die map wird ein drittel größer als player und battlegrounds player und battlegrounds ist circa acht quadratkilometer dieser zwölf quadratkilometer werden nur im pubg sind hundert spieler und da sind dann 1000 kalt das vorstellen 1000 alter also das ist schon ein bisschen krass gespannt wie das funktioniert muss man komponierer eigentlich ist ja das nehmen wir 100 meter dahinten oben da oben am berg ist der berg ist grüß dich paul dann meine girl ist bei dir aber sind wir ja natürlich weiterhin noch immer in diesem wahl dienstag das kind nein mein kabel ist rausgegangen entsorgung hier muss man schneiden so kurze kabel probleme gehabt weil er will dahin diese richtung will er in dieser richtung hin vielleicht mal sehen wir dahin und können sie natürlich ihm nur anschließend wir hören ihn ja nicht und diese rumgeleckerei im flieger es sind wie gesagt meiner meinung nach viel zu viele spieler das ist meine meinung und guckt mir nicht immer und den rock leute shame on you immer zu diesem haus hier ja direkt gerade runter sturzflug mit kopf voraus in dem boden werden nun ein tunken jetzt geben wir ein vogelstrauß gemacht okay was sehen wir hier wir sehen hier nach dem der kurz das bild ausgefallen ist wohnert mich auch nicht dass wir keinen ton habe ich hoffe überlebt da ist 2000 gegner dringende waffe muss es dringend mehr wo es ist so ein spiel mehr über die munition danke ich kann dagegen damit bewerfen hier sind pistol immerhin direkt ab bist du auswählen nachladen noch schöner nachladen nachladen das problem ist ich höre auch keine gegner und rein auf die fußspuren beschränken das gott richtig kacke gerade ist wirklich kein sound leute sound in der weste ja alter level 3 armor ich habe plötzlich ton es nicht warum vorher nicht er ist noch da drüben so dass dahinten spieler sind und ich jetzt nicht sofort im let's play am anfang sterben will wenn er schaut kann haben ich gehe mal kurz zu ihm rüber und ist noch ein haus schlauer zu ihm zu gehen er kommt zu uns aufpassen auf die menschen sagt nicht wirklich tun gerade das bisschen komisch mit dem kabel zurzeit am wochen der ich ganz viel rüber zocken und aufnehmen ihr seid ja wie man gerade gesehen haben waren gerade so viele leute online es sei der eh viel online du müsst einfach nur annehmen und es hat schon dabei es sei schon dabei ich bin ich hingestikoll das wäre in diese richtung finde ich gut finde ich gut nicht gut wie das hoppeln der bunny ja ich habe leider das shop kann das gefällt mir gar hier liegt das raumschiff sie heißt also raumschiff und h gibt es ja auch lupe beim raumschiff jetzt ne heißt es auf englisch fuck boy check der shop kann gefällt mir halt gar nicht ist hier lud ist hier lud ja sniper für den helm und am abgarten noch was habe eine sniper leute das kann lustig werden das kann auf jeden fall lustig werden nach 80 teams am leben ich denke dass das teams sind ich auch gerne mit der tramit vielleicht am wochen der aufnehmen auch mit einem discord quatschen ja wir haben die scott server übrigens mit fast 400 community mit gliedern aus verschiedenen spielen und könnt ihr drauf auf den server dazu zukommen falls ihr spieler sucht einfach nur link in der video beschreibung und mich hätten könnt ihr auch ganz einfach wenn man mich mit namen suchen oder mit der id die in der video beschreibung steht ich weiß es sind hier irgendwo gegen jetzt müssen nichts er nicht wundern leute wenn ihr gegner seht die ich nicht sehe das ist der beifahrer effekt alles sieht man sich selber nicht aber so als unbeteiligter mitguckt sieht man oft mehr beschleichen mal da hoch wechsel auf die shop kann versuchen unser glück da oben ich bete mal das nicht wie jemand in der ecke sitzt nicht schlecht aus aber sie doch sehr genug zu draußen oder ich sie einfach nach wie es einfach nichts ich glaube nicht dass die alles mitglut haben es einfach leer hat der fang so noch nie gesehen ich kann mich vorstellen dass die alles gelootet haben hat jemand ist einfach glücklich nichts krass krass das ist wirklich krass leute ok hier sind wir sachen merkwürdig brauchen wir nicht rucksack brauchen wir auch nicht noch mehr rucksäcke ob ich habe geschossen das war ich daran versehen war darum drücken aber das sagt mir nicht ich habe gerade vor einfach nicht am boden lager nicht also wenn so was drin im haus oder war er jetzt da drin rucksäcke ich drückte stehe ich drauf ne vielleicht kennt ihr das problem sniper schaut gern weg damit nehmen dann war schwer lieber nicht lieber nicht ich weiß ja wo gehen wir hin wo gehen wir hin dann mal checken wir sind mitten in das so echt keine ahnung da hoch schwer gerade zu sagen wo man hingehen soll denn wir sind aber mitten in der stadt würde ich halt nicht unbedingt sein da habe ich nicht so buch drauf Sniper und shotgun spiele exakt lieber mit ar waffen nur pixel mit einer sniper also ganz versehentlich geschossen so wie ich vorher wahrscheinlich wir sind die weltmeister ist versehentlich schießen und auch keine 55 und Leid. Was am ich schon, Liam, hier? was man beim schießknopf nicht drauf drücke ja ich renne hier gedruckt man die schritte nicht hört okay hat immer auf jeden fall munition gelootet sieht so schön schaut kann man man schaut ganz auf was siehst du mann geht es wie mir oder was so ändert sich noch immer nicht das geht alles nach unten weil die stadt gehen für ein auto brauchen jetzt eigentlich nicht das fällt damit fallen mir nur hart auf 50 teams aber gesagt wenn er bezocken wollte einfach annehmen die einladung ich habe leider keine festen uhrzeiten wo ich spiele also einfach wenn ihr mich online sehen und ich lade euch ein kommt dazu hier offen das ist er das war ja so drive ich habe keine munition dafür eine munition dafür ja ich nehme er mit fühle ich mich sicherer ist man schaut kann ich hatte ehrlich schritte eine sie unten die gründe hatte trifft mich oben hat der fakt das sie gerade nicht gut dass unser community mitglied ist leider gerade drauf gegangen wenn ich die iris das einzige treppenhaus nein hat mich aber zu schnell gemacht hatte schade es team hat uns geholt schade 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 so steht hier unten ich first win ganz unzählig wir haben doch gar nicht gewonnen aber sind mein platz 30 von 75 teams geworden bisschen alles kann man machen leider ja wir hätten oben bleiben soll er hätte nicht runter gehen soll er hätte leider nicht meiner meinung nach runter gehen sollen hätten hier oben warten sollen also ich jetzt gemacht und wir gesehen ich wollte gar nicht runter aber ja schade schade ist sie waren da echt nahe zwar pech das war echt pech und ich hätte wahrscheinlich auch in diesem moment mit der shotgun schießen soll ganz einfach nur meine meinung wahrscheinlich nur das seht ihr das auch so ich werde versuchen möglichst viele folgen in zukunft zu bringen wenn man mehr als jetzt es tut mir leise so wenig vor produziert hat aufgenommen habe wieder fünf freitag samstag sonntag mehr zocken und wie gesagt schreibt mir gerne erschickt mir eine freundschaftsanfrage meine player id steht in der video beschreibung mein discord wo schon knapp 400 leute sind auch in der video beschreibung das finde immer leute zum zocken für arena of wälder und andere spiele ganz wichtig und er wie gesagt bis jetzt einen nächsten fall ich hoffe ich habe trotzdem ein bisschen unterhalten mal mit der community zu zocken ich finde besser ist gar keine folge oder besser ist keinem wenn so gefällt lasst er vielleicht ganz wichtig ein abo um nicht zu verpassen werde teil dieser wunderschönen immer größer werden voll krassen community leute viel spaß ich sage mal gute jagd und rein und